Textlastig Guten Abend und herzlich willkommen zur letzten Folge Textlastig. An diesem Tage mit dem Falk und mir, dem Simon. Und wir sind verzweifelt. Wir haben Hausaufgaben gemacht. Wir haben hier vor der Aufnahme rumprobiert wie eifrige Handwerker und haben versucht, das Rätsel zu lösen um die Tür und die Frau. Nichts geht mehr. Und wir sind nicht weitergekommen. Wir haben es sogar geschafft, dass die beiden komplett weg sind. Wir haben nämlich uns im Keller ganz hinten versteckt. Nee, ganz oben. Wir sind oben ins Treppenhaus, wo die ja nicht sind. Die beiden Streithähne haben die Ohren gedreht, haben ganz lange gewartet. Und da ist nichts passiert. Dann sind wir runter, um mal nachzugucken, wie es denn jetzt aussieht. Und da war weder die Frau noch der Mann irgendwo da. Aber das hilft uns ja alles nicht weiter. Ja. Das ist der Zeit, die wir haben gesagt haben. Vielleicht haben die sich einfach, weißt du, die haben gesagt, ey komm, jetzt nochmal spiele ich, renne ich hier nicht die Treppen runter und schnöpfe wieder. Genau, keine Lust. Komm Johnny, wir gehen in die Wohnung, Kippsche, Bierche, kein Stress. Stimmt. Vielleicht sind die einfach, wenn man nicht dabei ist, wenn man nicht guckt, vielleicht sind die einfach wirklich in ihre Wohnung und haben das, sagen wir mal, haben das unter sich geklärt. Das sind vielleicht einfach nur zwei schlecht bezahlte Schauspieler. Stimmt. Naja, also auf jeden Fall haben wir uns jetzt überlegt, dass wir jetzt in die Hilfe gucken, weil das halt sonst keinen Sinn macht. Also wir haben uns jetzt, wie gesagt, wir haben in der letzten Folge schon ganz viel probiert. Wir haben jetzt hier auch nochmal viel rumprobiert und ja, was soll's. Ich meine, das macht ja auch keinen Spaß zuzuhören, nicht? Also mir zumindest nicht. Ja. So, und da wir uns... Übrigens, man muss den Feuerlöscher ablegen, sonst kommt man nicht in die Hilfe. Leg Feuerlöscher ab. So. Und jetzt Hilfe. Da siehst du mal. Ach nee, Tipp musste man eingeben, ne? Nicht Hilfe. Äh, hier steht zu viel Text. Moment. Genau, Tipp. So. Der Typ folgt der Frau in den Kellerraum. Das ist Punkt 10. Alle anderen Punkte haben wir ja schon... Ja, stimmt. Aber echt, also sind wir tatsächlich recht weit. So, ja, okay. Der erste Tipp ist, dass der Typ der Frau in den Kellerraum folgen kann, weil die Tür nicht schließt. Und das haben wir auch schon festgestellt. Und haben uns überlegt, wie könnte man das verhindern? Äh, und haben da allerlei Sachen überlegt. Aber wir kommen nicht weiter. So, und jetzt mache ich das einfach nochmal. Oh. Oh. Eimer. Okay, es gibt halt metaphorische... Ne, warte mal, das war ja gar nicht Schattenweg. Patanoa. Patanoa, sorry. Es gab ja metaphorische Objekte und es gab richtige Objekte. Und hier ist es ja so, wir sind ja da und wir tragen auch Sachen bei uns, aber die kann anscheinend keiner sehen. Aber die Objekte können schon mit der realen Welt interagieren, wie zum Beispiel eben Putzlappeneimer. Ach nee, warte mal, der Putzlappeneimer, die sind ja in der richtigen Welt, aber die haben wir trotzdem eingepackt. Also weißt du, wir sind so ein Geisterding. Wir haben ja dort gefunden in der Wohnung, ne? Genau, wir sind so ein Geisterding, können aber auch mit Sachen interagieren. Okay, wie könnte man den denn verjagen? Also was mir halt einfallen würde, ist eben mit dem Feuerlöcher ihn einfach einsprühen, den Putzlappen anzünden oder so. Aber ich glaube, es müsste irgendwas Passives sein, weißt du? Also irgendwas, was wir vorbereiten, also so eine Art Falle, was wir vorbereiten und dann läuft er da rein. Irgendwas mit dem Putzlappen, der von oben vielleicht runterfällt, während er die Tür aufmacht. Oder wir stellen den Feuerlöscher in den Eimer und den Eimer über die Tür. Und wenn die sich öffnet, huscht sie schnell durch und er kriegt das Ding auf den Kopf. Ah, den Eimer da oben drauf. Ja, aber eigentlich macht man Wasser rein, kein Feuerlöscher. Ja, aber selbst dann, also mal ehrlich, der wird sich nicht von so einem Wassereimer aufhalten lassen. Außerdem, du weißt ja, was passiert, wenn wir die Kellertür schließen. Ja. Also die Tür zum Keller, meine ich. Ach so, ja. Da geht wieder das Spiel kaputt. Weil das Gleiche mit der Kellertür zu machen, also mit den Kellerparzellentüren, das macht ja keinen Sinn. Also was mir natürlich auch noch einfallen wird, ist, wir könnten ja reden, oder? Nee. Naja, also wenn wir jetzt zum Beispiel so Geistergeräusche machen, sowas wie Buhu. Ach so meinst du. Oder sprich mit Johnny und dann denkt er sich. So. Dann würde der Typ doch sagen, what? Was ist denn hier los? Ich glaube, ich gehe mal lieber weg. Hier spukt es ja wohl. Das wäre, habe ich zwar so noch nie, also würde ich jetzt so ein Verbrecher vielleicht nicht. Pass auf, ich mache das mal folgendermaßen. Ich mache mal Schrei. Ich gebe jetzt einfach mal hier Schrei ein. Mal gucken. Schrei. Mann an. So, das kannst du nicht sehen. Okay. Pass auf. Ich gehe jetzt einfach mal kurz. Also die Zeit steht ja noch still. Wir sind jetzt hier gerade im Treppenhaus und wo sind wir denn? Genau. Wir sind im UG. Das heißt, wir gehen einmal nach oben. Ich weiß nicht. Bin ich da auch? Moment. Oh, schauch dich um. Ach so, warte. Ich muss mal kurz gucken. Ich bin im Kellergang, tatsächlich. Ich muss mal kurz mein Spiel neu laden. Ich glaube, wir sind, ich hatte nämlich noch nicht neu geladen, nachdem wir unsere kleinen Experimente hier gemacht haben. Einen Moment. So, da bin ich. Und zwar bin ich im Treppenhaus im Kellergang. So. Okay. Und jetzt schaue ich mich um. So, jetzt gehe ich nach Norden. Und jetzt gehe ich nach oben. Und wo sind unsere Turteltauben? Die sind im EG. Sind die im EG oder? Im OG1. Im OG1. Also noch eins nach oben. So, genau. Und jetzt ist hier dieser Mann. Ich mache jetzt mal Schrei-Mann an. Einfach mal nur, um zu gucken, wie die Reaktion ist. Das kannst du nicht tun, solange du den schweren Feuerlöchern mit dir herumträgst. Gut. Leg Feuer. Und wenn man das dann macht, dann sagt er, dass er nicht besonders gesprächig, also dass der Mann keinen gesprächigen Eindruck macht. Kann natürlich jetzt sein, dass A, die Zeit stillsteht. Allerdings, wenn wir die Zeit laufen lassen, dann ist er ja weg. Dann läuft er ja weg. Ja, naja, klar. Aber, ähm, also ich wollte jetzt hier nur noch mal kurz gucken, wie das Spiel reagiert. Ob das direkt sowas sagt wie, nein, du darfst auf keinen Fall mit den Leuten interagieren. Ja? Ähm. Ähm, wir wollen ihn ja auch nicht hier ansprechen. Wir wollen ihn ja im Keller ansprechen. Also, bevor, also, ne, die Frau geht ja in die Keller, äh, Zelle-Dingens-Bummens. Und wenn man in diesem Moment dann sowas sagt wie, äh, buh, dann eher, dass er dann so zusammenschreckt. Und... Also, nein, kann ich so nicht, ähm, bestätigen. Also, ich hab jetzt grad mal die Uhr gedreht, da oben. Ja. Und hab direkt als zweiten Kommentar danach. Sprich mit Mann gemacht. Und da steht dann halt da, äh, du kannst im Augenblick keinen Einfluss nehmen. Der Fluss der Zeit plätschert dahin, doch du stehst am Ufer. Und, ja, die junge Frau läuft so schnell, sie kann die Treppen hinunter. Dicht hinter ihr folgt ihr der Mann. Okay, pass auf, wir folgen denen jetzt einfach mal, ja, runter. Wie ist das letzte Mal auch schon? Lass ihn einfach mal hinterher rennen, so. So, mal gucken. Äh, die Frau, die laufen die Treppen runter. Eine wilde Verfolgungsjagel, wir laufen hinterher noch mal runter. Jetzt ruhig, äh, äh, mit einem Ruck öffnet die Flüchtende die Tür zum Kellerraum und rennt weiter. So, ähm, und jetzt müssen wir nach Süden. Du musst jeweils sagen, dass dann auch da steht, dass mit etwas Abstand... Ja, 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 Details, Details. Also was, jetzt müssen wir nach Süden, ne? Weiter nach Süden, so. Und jetzt ist nämlich der Punkt, sie... Ähm, rennt in den Kellerraum, schleudert die Tür zu. Die Tür schließt allerdings nicht. Und jetzt ist... Äh, was? Schon alles vorbei. Warte mal, da steht, doch, diese schließt nicht und wird im selben Moment vom heraneilgehalten Mann wieder in den Kellerraum gestoßen. Wer die... Die Frau oder die Tür? Na, die Tür. Also er öffnet die Tür. Also die Tür öffnet sich in den Raum. Ach so. Den sie aufwirft und schleudert die Tür hinter sich zu und er schleudert sie wieder auf in den Raum hinein. So. Und jetzt ist er in der Situation, dass er den Dialog anfängt. Warum hörst du weg? Hast du Schiss? Und... Jetzt willst du reden. Jetzt ist sie aber noch nicht tot, ja? Also er... Bei mir steht da, schnell werden die Adern unter der Haut ihres Halses sicht. Richtig. Aber da ist sie ja noch da, ne? Ach so, ach so meinst du, dass wir da noch... Hier, guck mal. In diesem Moment könnten wir noch was machen. Ja. So. Aber, okay, also sprechen könnte man tatsächlich mal ausprobieren, weil ich glaube, mit dem... Entweder haben wir das mit dem Feuerlöscher generell schon ausprobiert. Sprich mit Mann mache ich jetzt mal. Beziehungsweise, ich glaube ja nicht, dass wir so Einfluss nehmen dürfen. Oder wir können es ja so machen. Du versuchst das mal. Und ich warte noch. Na, sprich mit Mann. Ach so. Ihn anzuschreien. Und wenn es bei dir nicht funktioniert, habe ich ja noch die Chance, das nochmal zu machen. Bei mir steht da, der Mann ist nicht mehr in diesem Raum. Aha. Ja, klar. Er ist ja jetzt in diesem Kellerraum drin, ne? Ich muss ja... Ah, Mist. Ich habe jetzt nochmal ins Inventar geguckt und währenddessen hat er die Frau schon wieder umgebracht. Meine Güte. Äh, ja... Warte, können wir nicht irgendwie back? Ich gucke mal. Andu heißt das ja, ne? Ah ja, Andu. So, der letzte Gang wurde rückgängig gemacht. Ähm... Okay, wir müssen jetzt bloß rausfinden, müssen wir nach Westen oder nach Osten? Nach Westen vielleicht, ne? Wo ist die Kellertür? Ja, ja, also... Ja, versuchen wir es einfach mal. Ach. Ach. Man kann in diesen Kellerraum rein, nicht indem man zum Beispiel eingibt... Wie wir es gemacht haben. Geh in den Raum oder geh durch Tür oder sowas. Nein, man gibt einen Westen. Denn dieser Raum ist offenbar im Westen, was aber, glaube ich, nirgendwo so genau erwähnt wird. Ne, es stand tatsächlich nicht da. Es ist jetzt Zufall, dass wir das ausprobieren. Toll. Super, toll. Dieser kleine Kellerraum beherbergt ein Fahrrad und einen Grill. Beides offenbar selten vom Besitzer benutzte Dinge. Unter einem veralteten Kalender ragt eine Werkbank in den Raum. Aha. Unter einem alten Kalender. Muss ein ganz schön großer Kalender sein. An der Decke wurde ein Rauchmelder angebracht. Im Osten liegt der Ausgang. In einer Ecke steht ein Papier... Eine Papierschachtel. Eine Pappschachtel. Entschuldigung, ja. Ich war immer schon beim nächsten Satz. Du siehst hier außerdem einen Mann und eine Frau. Okay, also dann sprechen wir jetzt mal mit dem Mann. Wieso? Was? Wieso? Naja, weil wir halt... Ne, das haben wir doch schon probiert. Also das funktioniert doch nicht. Ja, aber er war ja dann immer nicht mehr da. Ach so. Ja, gut. Viel Spaß. Da siehst du, im Augenblick ist es sinnlos zu versuchen, die Dinge zu ändern. Alles ist bereits passiert. Du musst die Vergangenheit zur Zukunft machen, um sie zu beeinflussen. Halte, streich, schürze. Wir können nicht so... Zünde an Rauchmelder, mache ich jetzt mal. Ich habe diese Werte nicht verstanden. Oh Mann. Was kann man machen hier? Zünde Rauchmelder an. Zünde Rauchmelder an. Zünde Rauchmelder an. Im Augenblick ist es sinnlos zu versuchen, die Dinge zu verändern. Also okay, damit wissen wir hundertprozentig, dass wir während die Zeit abläuft, nichts machen können. Weder aktiv einschreiten, das wussten wir vorher, noch irgendein... Na gut, aktiv einschreiten ist auch Sprechen. Also auch das Sprechen geht nicht. Gut. Also ich mache mal hier... Ach nee, wie wird das? Dreh, Sand, Ruhe. Nochmal alles zurück. So. Wir sind jetzt immer noch in diesem Kellerraum. Genau, also können wir jetzt mal untersuchen, ne? Also ich schaue mir mal das Fahrrad an. Dieses Fahrrad hat seine besten Zeiten eindeutig hinter sich. Seine Teile sind rostig und verbogen. Die Reifen platt und der Lenker fehlt gänzlich. Okay. Okay. Dann untersuche Grill. Ein runder Grill, wie er gern für Gartenpartys verwendet wird. Er sieht gut gereinigt aus. Im Gegensatz zum Fahrrad. Mit anderen Worten, selten benutzt mit anderen Worten. Ja. Okay, dann den Kalender. Von 2004. Es ist ein Kalender von 2004 mit Fotos über Mode und hübsche Menschen. Ah ja. Das aktuelle Blatt zeigt zwei hübsche, nackte Frauen in einer Umgebung im 20er-Jahrestil. Ui. Hallo. Das nehmen wir mit, egal was passiert. Genau, also nimm Kalender. Weiß man ja nicht, wofür es noch. Für sowas hast du wirklich keine Zeit. Hallo für sowas. Okay, also kommen wir hier, wenn wir wieder. Ist ja wohl immer Zeit. Wenn wir fertig sind mit dem Problem hier, kommen wir nochmal zurück. Ja, genau. Okay, also Kalender. Was haben wir noch? Werkbank. Mhm. Was? So etwas kannst du hier nicht sehen. Es ist eine wuchtige Werkbank, die sich gut für gelegentliche Handwerksarbeiten eignet. Auf der Werkbank siehst du einen Hammer, eine Zange und einen Streifen Klebeband. Ich würde sagen, wir nehmen alles, oder? Äh, warte mal. Es ist eine Werkbank. Ich habe nur das falsch eingetippt, das muss ich ein bisschen aufholen. Die sich gut für gelegentliche Handwerk, okay, auf der Hammer, Zange, Klebeband. Hammer? Mach mal. Ich muss dir das bildlich vorstellen. Hammer, Schlagen, Zange, Zangen, Klebeband, Kleben. Okay. Verhalt, du bist ja ein Profi. Nimm alles. Nee, untersuch erstmal den Hammer. Achso. Ich habe übrigens Nimm alles schon eingetippt, bevor du das gesagt hast. Und da steht, als einziger Kommentar steht da, der Wohnungsschlüssel ist kein Behälter. Ja. Wenn man den Hammer untersucht, steht da, das ist der Hammer, Ausrufezeichen. So, dann untersuche Zange. Wahrscheinlich steht das da, das ist der Zanger. Nee, da steht, es ist eine kleine flache Zange. Gut, und dann nehmen wir noch das Klebeband. Nee, untersuche erstmal, ne? Ein Stück Klebeband, das auf der Arbeitsfläche klebt. Ach, das klebt da direkt drauf. Das ist ja natürlich der Quatsch, ne? Das stimmt. Aha, guck mal. Es gelingt dir nach etwas mühseliger Zupferei, den Streifen Klebeband von der Werkbank zu lösen. Die Klebefläche scheint noch eine gewisse Wirkung zu haben. Oh, das heißt, wir können das an das Schloss kleben, sodass, wenn die Tür zufällt, dass sie dann kurz haftet. Weißt du? Das leicht klebende Klebeband wird den Typen echt dran hindern. Vielleicht kann man es auf den Boden legen und er bleibt mit seinem Schuh kleben. Ja, dann hat er was davon. Ja, sehr gut. Okay. Ja, ähm. Okay, warte mal, stand nicht irgendwo noch so ein Pappdings rum? Ja, stimmt. Aber erst mal den Rauchmelder untersuchen. Ach so, den gab es auch noch, stimmt. Das ist ja ein. Der Rauchmelder besteht für die Außenwelt nur aus einem weißen Kunststoffgehäuse. Sein Innenleben sorgt dafür, dass bei einer ungewöhnlichen Rauchentwicklung der Alarm ausgelöst und somit die in der Nähe befindlichen Menschen aufgeschreckt werden. Ein ab und zu aufblinkendes Licht zeigt an, dass er aktiv ist. Übrigens, mein, ob das glaubst du nicht, mein Rauchmelder im Flur ist heute Morgen auch angegangen, weil ich aus Versehen habe, übersehen, dass der Kaffee überkocht. Bei dir was? Und dann ist der, ich mache ja Mokka früh. Ja. Und der ist auf dem Ceranfeld und dann ist, also ich habe nicht aufgepasst. Ich habe irgendwie einen Podcast gesucht, den ich gerade anmachen kann. Zwei Stunden lang? Nee, zwei. Das hat ausgereicht. Also zwei Minuten. Und dann hat er es übergekocht. Und das Pulver ist ja ganz, ganz fein bei Mokka. Und damit auf so einer Kochplatte brutzelt es so ab wie Kohle. Ah, okay. Oder nee, nee, wie sagt man, hast du schon mal, also es ist ganz gefährlich, weißt du, dass Mehl explosionsgefährlich ist. Und das liegt ja nicht am Mehl, also am Stoff, sondern an der Feinheit, wie es gemahlen ist. Ja, angriffsgleiche. Genau. Und das ist bei dem Mokka-Kaffeepulver genauso. Und auf jeden Fall ist eine riesen Wolke entstanden, das ich erst gar nicht bemerkt habe. Und die ist so schnell aus der Küche rausgezogen, dass ich mir keinen Kopf gemacht habe. Aber sie hat sich im Flur gesammelt und plötzlich ging der ein Verrauchmelder an. Das ist ja eine Story. Ja, es war erst um sieben Uhr früh und ich glaube, das Haus war wach. Wow. Ja, Geschichte zu Ende. Jetzt kommen wir zurück zum Spiel. Ach. Lenkt doch nicht immer ab, Simon. Ja, ich dachte immer, wenn man so echte Feelings reinpackt, dann ist das Ganze nochmal viel unterhaltsamer. Hast du dich aber gehört? Schade. Das Interessante ist, der ist an. Nicht einer, sondern der da im Spiel. Also beide. Das kann man so interpretieren, muss man aber nicht. Das ist doch jetzt, also das liegt doch jetzt klar auf der Hand. Wir müssen wahrscheinlich in den Grill, sagen wir mal, den Klebebandstreifen werfen, mit den Streichhölzern irgendwas schnuffeln. Und wenn die beiden dann hier reinstürmen, dann haben die sich kurz lieb. Und während der Liebelei wird dann der Rauchmelder aktiv werden und dann erschreckt sich der Typ und denkt so, was fiept denn hier, ich gehe mal weg. Ja, soweit verstehe ich das, aber ich würde wahrscheinlich, ohne dass wir es bisher untersucht haben, eher die Pappschachteln in den Grill packen, als das Klebeband. Okay, also untersuche Pappschachtel. Ups. Kann ich nicht sehen. Das stimmt. Nimm. Warum? Pappschachtel. Hä? Ist das jetzt mit großen Kleinschreibungen in der Kapitel nicht, oder was? Was ist denn hier los? Das ist aber wirklich komisch. Kann ich noch nicht sehen. Also ich gehe nochmal in den Osten, jetzt gehe ich nochmal in den Westen. In der Ecke steht eine Pappschachtel. U. Pappschachtel. Nee, kann ich nicht sehen. Ja, gut, kurzsichtig. Oder pass auf, zünde Pappschachtel an. Vielleicht muss man das einfach nur so an, weißt du? Hä? So, das kann ich hier nicht sehen. Ja, dann hoffen wir mal, dass es nicht zur Lösung des Rätsels benötigt wird. Ja, und was willst du dann anbrennen? Warte mal. Den Klebebandstreifen. Klebebandstreifen, hallo? Oder einen Putzlappen. Okay, das macht schon eher mal ein bisschen Sinn. Aber guck mal, wir haben jetzt eine Zange, einen Hammer, einen Putzlappen und so weiter und so weiter. Damit kann man doch was machen. Also man könnte doch zum Beispiel... Okay, also leg... Zettel, wir haben noch einen Zettel. Leg Zettel in Grill. Der Grill ist kein Behälter. Also wir können sowieso schon mal nichts reinlegen. Dann auf den Grill. Auf Grill. Du legst den Zettel auf den Grill. So, und jetzt pass auf, jetzt mal testen. Zünde. Zünde. Zettel. Zettel. So geheim ist das nicht, Herr Bund. Sagt das Spiel. Aber geht schon mal. Also okay, dann nimm Zettel. Okay? Okay. Was können wir noch anzünden? Unsere Kletterschuhe, unsere Shorts, unsere Zigaretten. Zigaretten ist gut. Leg. Die machen vier auch. Zigaretten auf Grill. Ja. Jo, und Zünder. Zähne. Aha. Du entzündest die Zigarette mit einem Streichholz und ziehst ein paar Mal kräftig daran, sodass eine ordentliche Glut entsteht. Okay, und jetzt können wir mal einfach... Putzlabe. Was? Nee, wir haben doch jetzt schon Rauch. Also eigentlich müssen wir ja nur ausraten. Ja, nee, Moment. Was? Oder die Kippe einfach in den Dings, oder was? Also ich sehe das so, dass wir jetzt erstmal eine Glut erstellt haben. Ja, okay. Eine Glut macht erstmal nichts außer heiß sein. Ja, weiter. Naja, jetzt müssen wir halt irgendwas drauflegen auf den Grill, das aus der Glut Feuer macht. Klebesgrüß. Zum Beispiel, ja gut. Oder eben der besagte Labbe. Aber der Labbe ist doch noch nass. Wir haben doch damit hohen Aufgewicht. Ja, sei mal nicht so genau. Leg Putzlappen auf Grill. Werden wir ja gleich sehen. Vielleicht ist der Grill wieder ausgleich. Oh, Auge ist natürlich falsch. Auf. Okay. Du legst den Putzlappen auf den Grill. Okay, warte. Wie warte? Die Zeit verstreicht. Worauf denn? Oh. Ach so, stimmt. Wir müssen... Es ist ja alles so... Leg Zigarette auf Lappen. Du möchtest eine brennende Zigarette nicht so herumliegen lassen. Nicht einfach so. Eigentlich will ich das schon. Okay, warte mal. Halter. Zigarette. An Rauchmelde oder was? An, ja, Rauch. Hat er nicht verstanden. Aber es kann natürlich sein... Okay, dann... Ja, aber es kann natürlich sein, dass es alles sowieso erst nur dann funktioniert, wenn die Zeit abläuft, obwohl... Ah, hier. Zieh an Zigarette. Mit einem genussvoll geschlossenem Augen nimmst du einen kräftigen Zug. Dabei wolltest du doch aufhören. So, ich mach das nochmal. Okay, so. Atme aus. Nee. Puste. Äh, den Wohnungsschlüssel? Nee. Puste den Rauchmelder. Mal gucken, ob das geht. Von hier aus kommst du nicht an den Rauchmelder heran. Ah. Okay. Das heißt... Eimer. Leg Eimer ab. Steig auf Eimer. Ah, ha, 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 ha. Okay, so. Was? Du besteigst den Eimer von hier oben, hast du einen tollen Ausblick, den du für einige Minuten genießt und dich umsiehst. Da du aber nichts Besonderes Bemerkenswertes findest, steigst du schließlich wieder vom Eimer herunter. Frechheit, was unser Körper alles ohne uns macht. Toll. Find ich ja nicht cool. Super, also man kommt aber... Ey, wollen wir den Rauchmelder einfach mal nehmen? Ging das? Zweifelig, oder? Naja, kannst du nicht nehmen. Oh Mann, ey. Das steht vor allem noch da, von hier aus kommen wir nicht an den Rauchmelder heran. Hm. Okay, was haben wir noch? Ich sag mal, wir haben Hammer, Zange, Zettel und so weiter. Was machen wir denn damit? Können wir die Tür reparieren? Vielleicht? Können wir das Schloss reparieren? Unwahrscheinlich. Wir haben da mit dem, äh, mit dem, äh, mit dem, äh, Dings drauf gehauen. Mhm. Zünde, klebe, streifen an. Das ist gefährlich und wenig sinnvoll. Och Mann, ey. Also, ich bin mal nach Osten gegangen, aber das Vorhängschloss, was da liegt, kann er nicht nehmen, weil es ist nicht mehr von Nutzen. Wir haben eine Zange und einen Hammer. Da wir ja niemanden, also da wir dem Typen nichts mit direkt überziehen dürfen, bringt uns der Hammer als Waffe auch nix. Zange und Hammer. Okay, also auf der, witzigerweise ist es schon so, dass auf dem Grill die Zigarette und der Putzlappen liegt. Ich mach jetzt mal folgendes, ich mach jetzt einfach mal, ich drehe mal an der Sanduhr, ja, weil die Zigarette liegt ja jetzt schon dort und raucht da so vor sich hin, ne? Also, ich mein... Ja, mach mal, ich seh grad, dass die beiden auch nicht mehr in meinem Inventar sind, von daher... Genau, so, ich mach jetzt auch mal, warte und warte und warte und warte. So, ähm, jetzt kommen die also hier um die Ecke. Genau. Ja, so, gut, und jetzt? Hm. Ja, also, hm. Ich glaub, ich hab jetzt noch eine Aktion, die ich machen könnte. Ich warte jetzt einfach nochmal. Vielleicht, warte mal. Nee, hat leider nichts gebracht. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Also, äh, da steht ja irgendwo, wo die Frau liegt, ne? Und schleudert die Tür hinter sich zu. Ja. Der Verfolger baut sich im Türrahmen auf. Daraufhin wirft er sich auf sein Opfer, den Gürtel vor sich in beiden Händen, während er sich auf die Frau kniet und sie mit seinem Gewicht nach unten presst, drückt er ihr wie im Wahn den Gürtel gegen den Hals. Mhm. Das Mädchen greift nach seinen Armen und versucht, ihn abzuwehren, aber ihre Kräfte reichen nicht aus, um den Angriff. Na, okay, ich hätte jetzt gesagt, dass sie irgendwie, vielleicht steht da irgendwie, sie, weiß ich nicht, liegt auf der und der Seite irgendwie, dass man da irgendwie den Hammer hinlegt, dass sie zum Hammer greift, weißt du? Ja, ja, das hab ich schon überlegt, das hatte ich vorhin schon überlegt, also, nur, also überhaupt grundsätzlich, dass, nee, aber dass wir halt irgendwie den, äh, das Vorhängeschloss irgendwie in die Nähe legen, weißt du, das kann ja auch eine gute Waffe sein und so, einfach so als, als, ne? Nunchuck sozusagen, also Nunchuck. Ähm, aber das funktioniert ja irgendwie nicht so richtig und außerdem steht in der Hilfe ja relativ offensichtlich, dass wir den Typ erschrecken sollen oder verjagen sollen. Also, das wissen wir nicht, das war, das war die Frage. Hätte er einfach den nächsten Tipp holen müssen, hätte er sein können, dass es da steht, nein, natürlich nicht. Ja, okay, ja genau, der dritte Tipp ist da nämlich so, haha, das war natürlich nicht ernst gemeint, äh, nee. Ich würde sagen, ich hab jetzt nochmal an der Sanduhr gedreht, ja, und bin jetzt immer noch im Kellerraum und ich mach jetzt mal, äh, also wir haben einen Hammer, ich nehm jetzt einfach mal. Also, ich dreh die Uhr erstmal. Schlag, Tür mit Hammer oder weiß ich was, mir fällt nichts ein. Das, du tust dir nur weh, okay, ja, gut, das macht doch keinen Sinn. Oh, ähm, nee, warte mal, wir kommen ja nicht an den Rauchmelder ran. Ähm. Warte mal, steig auf Werkbank. Okay, ja, gute Idee. Du steigst auf die Werkbank. Ah. Nimm, äh. Ah, der Rauchmelder ist fest an der Decke befestigt. Schlag Rauchmelder mit Hammer. Du möchtest den Rauchmelder nicht beschädigen. Es wäre möglich, dass du ihn noch brauchst. Okay. Ähm, vielleicht öffne Rauchmelder. Ja? Nee, das geht nicht. Mit Zange? Geht, entferne Rauchmelder mit Zange? So, das kannst du ja nicht sehen. Nee, natürlich nicht. Toll. Okay, der Rauchmelder ist fest an der Decke befestigt. Ja, ja, ja. Ey, das ist ja super, dass er irgendwie auf die Werkbank kann, aber auf dem Eimer wieder nicht, ja. Hm. Was haben wir denn noch zum... Wir haben... Klebeband. Oh, warte mal, wir könnten... Pass auf, wir können die Zigarettenkippe mit dem Klebeband an den Rauchmelder kleben. Hm. Also, steig runter, nimm... Steig runter, aber du bist gar nicht auf der Zange. Äh, geht's noch? Ich bin auf der Werkbank. Steig von Werkbank. Du musst übrigens nicht, um den Lappen oder die Zigarette nehmen zu müssen... Ah, okay, man muss gar nicht runter, okay. Nimm Zigarette. Also, was klebt? Was willst du? Klebt? Zigarette? Zigarette an Klebeband. Oh. Krass. Du befestigst den Streifen Klebeband behutsam an der Zigarette. Du bekommst einen Punkt. Oder du hast gerade einen Punkt. Simon. Wow. Du bekommst den Ehrentext, lass dich, äh, Award für, ähm... Bescheuerte Rätsel. Nee, für Cleverness. Das ist nicht schlecht. Das finde ich gut. Und den, äh, meinst du, bringen wir jetzt an dem Dings da oben fest. Genau. Klebeband an Rauchmelder. Du solltest die Zigarette vorher anzünden, meinst du nicht? Ich, okay. Zünde Zigarette an. So. Ah, guck mal. Ah, jetzt hier. Du entzündest die Zigarette mit dem Streichholt und ziehst ein paar Mal kräftig daran. Die Zigarette glimmt leicht. Eine zarte Rauchfahne steigt von ihr auf. So, und jetzt klebe... Yeah, noch einen Punkt. Du drückst die Zigarette mit dem Klebeband auf den Rauchmelder. Scheint zu halten. Jetzt aber schnell, solange noch Glut vorhanden ist. Also, okay, dann Dreh, Drehuhr, ja. Sanduhr. Ja, ist egal, macht auch so. So, und jetzt? Dann drei, viermal warten. Viermal, genau. Der Verfolger, also, kennen wir alles, ja. Stößt Tür auf, stößt wieder zu, bla bla. Mhm. Der Verfolger baut sich im Türrahmen auf. Ja. Warum läufst du weg, bla bla, hast du Schiss vor mir, bla bla. Mhm. Plötzlich durchdringt ein gellendes, komisches Geräusch, den Raum. Mhm. Der Rauchmelder der Decke des Kellerraums hat den Alarm ausgelöst. Der Mann erschrickt dabei sichtlich. Er scheint in diesem Augenblick wie aus einer Trance zu erwachen und blickt sich um. Oh. Okay. 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 So, und jetzt können wir was eingeben, aber, äh, weiß ich nicht, sollen wir jetzt irgendwie... Schaut sich um. Also, wir können eigentlich nicht viel interagieren. Ja, aber gerade sagen, jetzt ist es wahrscheinlich, dass wir der Frau irgendwas geben könnten. Ach so, meinst du das? Warte mal, gib Hammer an Frau. Ja. Also, ich glaube hier nicht, dass es funktioniert, aber... Ah, aber es kommt immer was. Äh, warte mal. Also, es ist, also, ja, es macht Schwachsinn, also es ist Schwachsinn, der was zu geben. Okay, aber wir hätten warten können. Der Mann weicht zurück. Was ist denn das jetzt? Murmelt er und spricht dann forscht die Frau an. Hey, wir reden nochmal, äh, nachher nochmal in Ruhe darüber. Schau nicht so, ich hätte dir doch, äh, nie wirklich was getan. Mhm. Mhm. Alles ist verschwommen. Es ist ein unglaubliches Glück, bei deinem Absturz auf keinen von ihnen gelandet zu sein. Oder war es mehr als Glück? Du schwimmst in Richtung Ufer und während du erschöpfst auf einen niedrigen Felsen kletterst, hallt in deiner Erinnerung ein Echo eines Traums wieder. Langsam schweift dein Blick auf die Klippe, äh, die Klippe entlang nach oben und verweilt lange an einem bestimmten Punkt. Es ist nicht der höchste Punkt, sondern der, von dem du abgestürzt bist. Dann lächelst du. Du hast gewonnen! Yay! In diesem Spiel hast du 5 von 5 möglichen Punkten in 414 Zügen erreicht. Oh Mist, ich hab 424. Ich glaub, das ist das erste Mal, dass ich mehr, äh, nee, weniger Züge hab als du. Mh, das kann gut sein. Hey, wir haben das Spiel geschafft! Wow! Und, äh, fast ganz ohne Hilfe. Ne, aber echt, also das mit dem Kleber und der Zigarette hätte ich jetzt... Also, muss man auch sagen, also der Hammer und die Zange und so, das waren wirklich jetzt falsche Fährten. Er ist gut abgelenkt, auch die, ähm, wie ich letzte, äh, letzte Folge schon gesagt habe, äh, der Lift und die Eingangstür. Finde ich ja nicht doof. Gemeinsatz. Bis auf den Bug, dass, äh, bis auf den Bug, dass die Kellertür kaputt gehen kann. Ja, und dass die Leute einfach weg sind, wenn du einfach irgendwie wartest und irgendwie oben bist und so weiter. Das stimmt, ja. Ja, also, und, was sagt man denn zu dem Spiel? Also, ich hab dir ja vorhin schon gesagt, bevor wir aufgenommen haben, äh, ich find das eigentlich ganz cool, das Spiel. Vor allem, weil's nicht so groß ist. Mhm. Aber sich nicht, also, in der Hoffnung, dass, äh, es nicht sich noch ewig hingezogen hätte. Weil ich muss feststellen, ich mag mittlerweile nicht mehr so richtig lange Spieler. Ja, gut. Also, sowohl Textadventure als auch, äh, jetzt, äh, wie nennt man das eigentlich? Nicht Textadventure, also modernere Spieler. Naja, es ist... Also, hat ja nichts mit Modernität zu tun, sondern einfach, also, ja. Ich mein, abgesehen von, von der Zeitkomponente ist es natürlich so, dass, äh, lange Dinge zu erschaffen, die auch durchgängig spannend sind, ist halt schwierig. Und die meisten Spiele, ob das jetzt Text oder, oder nicht Text ist, äh, tendieren halt dazu, dann irgendwann im letzten Drittel oder, äh, irgendwie sehr zäh zu werden, ja. Ja, das stimmt. Und dann gar nicht mehr so spannend zu sein. Das ist natürlich auch noch so eine Sache. Äh, ja, also, ich mein, äh, ist auf jeden Fall sehr cool, dass wir jetzt zwei Spiele hintereinander hatten, die eine sehr interessante Spielemechanik haben, ne? Also, Paternoir mit diesen metaphorischen Geschichten und hier diese Zeit-Zurückdreh-Sache. Ja, man könnte jetzt eigentlich, ähm, mal anfangen, jetzt, was haben wir jetzt, 2015? Ja. Mit all diesen Inf-Einflüssen mal ein richtiges, richtig gutes Text-Adventure zu machen. Mit einer netten Story, aber dann auch ein bisschen irgendwie, also, feiner durchdacht, finde ich. Ja. Aber, äh, ja, also, ich glaub, das ist nicht so einfach, ne? Also, in dem, in dem Sinne, dass, dass, man sieht ja alleine hier schon, wie schwierig es anscheinend ist, äh, ne? Du, du hast irgendwie ganz viele Objekte so und dann schreibst du irgendwie steig runter und dann sagt er, hör, du kannst irgendwie nicht von der Zange steigen, so, ja, klar. Und das ist, ähm... Ja, gut, aber vielleicht sind ja auch die Tools besser geworden, je nachdem, welche Sprache man benutzt. Teilweise sind ja die Spiele hier, ich weiß nicht, wie das im Speziellen jetzt, warte mal, ich glaube, das war von... Ja, da kommt's ja auch noch, äh, da, da fängt's ja auch schon an, die Tools alleine schon. So richtig alt ist es jetzt auch nicht, 2010. Ja, es gibt ja so x verschiedenen Interpreter und so. Aber gut, bleiben wir mal kurz mit dem Spiel. Also, wir finden's cool, aber ich muss sagen, äh, auch hier wird es dem Spiel, äh, guttun. Äh, ja, also, die Rätsel, sagen wir mal, also, bei der Lampe, da, da hätte er ein, zwei Sätze ausgereicht, ne? Und dass irgendwie Staub auf der Lampe ist und man halt auf der Lampe, äh, gucken kann und so weiter. Und, ähm, vielleicht jetzt hier auch bei dieser Kellertür, also, da wären halt falsche Fährten gelegt, ne? Man denkt die ganze Zeit, irgendwie muss man die Tür zumachen, zukriegen oder eben, dass überhaupt nicht erwähnt wird, dass man in diese, äh, Tür gehen kann. Ich wollte gerade sagen, das ist das eigentliche Doofe, ne? Ja. Also, das, die falschen Fährten, finde ich ja ganz im Gegenteil, finde ich ja sogar cool. Vor allem, wenn es nicht so ewig viele sind, sondern so ein bis zwei, das ist schon ganz cool. Ähm, auch war das mit den drei Stockwerken und den, äh, zweimal südlich, äh, gelegenen , äh, Örtlichkeiten, war die Sache nicht sonderlich groß. Ja. Ähm, die einzelnen Apartments, gut eins war ja nur interaktiv, das war mit dem Rätsel, mit dem Namen, ähm, das war irgendwie ganz cool. Aber was mich dann tatsächlich stürt, ist dann halt, dass, ist halt diese Inkonsistenz, wo man sagt, okay, wenn ich überall sage, dass es in Richtung Norden oder Richtung Süden oder sonst wohin da und da weiter geht, dann erwarte ich das eigentlich auch, äh, von dem Kellerraum. Ja. Genau. Und das sind halt solche Kleinigkeiten, wo man sagt, also du siehst ja auch in den ganzen anderen Adventures, die wir gespielt haben, Textadventures, dass es eigentlich diese Kleinigkeiten meistens sind, zusätzlich zu den natürlich auftretenden Rätselproblemen, also Problemen, also Dinge, die wir einfach nicht mögen, naja, ein anderer mag es wieder. Aber es ist einfach so dieses Grundlegende, weißt du, wenn du irgendwie ein Programm hast, das auf, weiß ich nicht, links oben immer das Gleiche macht und irgendwo so ein Screen, da ist der Button nicht da, sondern oben rechts und denkst so, ja, irgendwie cool, aber es ist doof, dass das nicht, dass das nicht. Ja, Konsistenz ist einfach wichtig. Konsistenz, genau. Und ich denke auch, ich meine, jeder hat da einen anderen Anspruch, vielleicht war es ja auch absichtlich so gemacht, ja, dass man einfach sagt so, ja, klar, aber ich möchte hier eine gewisse Schwierigkeit reinbringen. Dann ist es eine doofe Mechanik, dann ist es, würde ich sagen, dann ist es halt, wenn das Rätsel deshalb schwierig ist, weil mir nicht die Tools gegeben werden, nenne ich es mal jetzt so, dann ist es ein doofes Rätsel, weißt du, was ich meine? Aber ich muss auch sagen, ich würde, glaube ich, ein Spiel bevorzugen, was relativ einfach ist, vielleicht sogar einen Tick zu einfach im Vergleich zu einem, was einfach irgendwie halt so kryptische Geschichten macht, weil am Ende geht es ja eigentlich schon um die Story. Um die Story. Ja, ja. Es geht hier um eine sehr interessante Geschichte, um eine coole Spielemechanik und hätten wir das jetzt innerhalb von drei Episoden durchgespielt, ohne irgendwie einmal uns eine Frage zu stellen, dann wäre mir das lieber gewesen, als jetzt eben irgendwie auch mehrere Folgen dazwischen zu haben, wo wir irgendwie einen Schritt vorankommen. Naja, also wir sind jetzt, was ist das jetzt, die fünfte Folge? Ich finde es schon ganz okay, drei, ja, vier. Nee, also ich meine, es kommt halt darauf an, was man halt erlebt, aber man, also es ist ja auch so, klar, früher, als Zorg rauskam, ja, da hatten die Leute, ich meine, da war das halt the new shit, ja, und es gab halt wenig andere Ablenkungen, aber, also ich meine, mich würde es ja auch zum Beispiel sehr, sehr freuen, wenn Textadventure halt auch mal ein bisschen mehr Einzug in den Mainstream erhalten würden, ne, also, weil Lesen und Spielen tun die Leute, ja, aber die Kombination aus beiden funktioniert irgendwie nicht. Und ich kann mir schon furchten, dass bei einer Aufmerksamkeitsspanne von irgendwie drei Sekunden mittlerweile oder was, ja, und Spielen, die irgendwie maximal eine Minute gehen dürfen an der Bushaltestelle auf Mobile, dass dann halt eben, ja, da einfach nicht der Wille da ist, sich mit eben Sachen auseinanderzusetzen, die, sagen wir mal, visuell nicht so attraktiv sind, dann eben punkten könnten mit einer geilen Story, aber diese Story eben verwehrt wird durch eben Blockaden und so. Aber gut, das hast du ja gesehen mit dem Spiel, das wir vorher gespielt haben, eben Lifeline, ne, ist ja im Prinzip genau das, was du gerade beschrieben hast, beziehungsweise wir mal vor ein paar, vor einer ganzen Weile beschrieben haben. Es ist ja im Prinzip auch dieser Sorcery-Ansatz, ne, dass man, ja, das ist kein Parser, kein Parser-basiertes Text-Adventure ist, was auf Telefon oder unterwegs generell natürlich doofer zu bedienen ist. Verliest halt natürlich auch was, ne? Ich meine, wenn du dir mal überlegst, diese Story, die wir jetzt hier in Abschlussmomente gespielt haben, also Typ rennt Frau hinterher über zwei Stockwerke und bringt sie um. Geile Story. Also, weißt du, wenn es nicht so, hakelig will ich jetzt nicht sagen, aber wenn nicht eine Handvoll einigermaßen herausfordernder Rätsel da drin sind, ist das halt eine Geschichte, die erzähle ich halt in zwei Sekunden und dann ist es halt doch nicht mehr so spannend. Deshalb meine ich so vier, fünf Folgen finde ich jetzt gerade so recht interessant. Es kommt halt auf die Interaktivität drauf an und deshalb meine ich, wenn, also die Benutzerführung muss halt perfekt sein, ja, also entweder sage ich überall oder nirgends, dass es in Richtung Norden, Süden, Osten, sonst wohin geht. Ja. Ja, und dann muss ich das halt komplett durchziehen. Und das hätte mir bei dem Spiel schon... Ja, hoffentlich haben wir es nicht irgendwo einfach überlesen. Ja, hoffentlich. Das wäre natürlich... Aber dann gibt es im Mutfall andere Spiele, die diese Fehler gemacht haben. Wenn wir es überleben haben, dann überlesen haben, dann Entschuldigung. Ja, ne, ansonsten war es auf jeden Fall nett, schön klein und übersichtlich und schöne Mechanik. Kann man auf jeden Fall nichts gegen sagen. Ähm, ich fand es auch ganz, ganz nett, dass es so doch relativ klar in seinen Worten ist, ja, und das ist halt so diese Brutalität auch irgendwie so ganz klar. Ich fand das irgendwie ganz gut, weil es bringt so die Drastigkeit, wenn das ein Wort ist, der Situation so auf den Punkt und du weißt halt, ey, okay, das ist echt krass, aber wenigstens kann ich die Zeit zurückdrehen, ne? Ja, ja, das war cool, das stimmt, das stimmt. Und es hat natürlich jetzt auch einen ganz witzigen Effekt, dass er ja am Ende sagt, so, hey, ich hätte doch nie was getan und wir wissen es aber besser, ne? Das stimmt, ja. Was ja auch ganz, ganz interessant ist irgendwie. Ne, das ist ja mal, also ich hatte das, ich hatte eigentlich Spaß an dem Spiel. Was heißt eigentlich? Ne, hatte ich. Also ich fand es nicht jetzt zu lang, nicht zu kurz. Gott sei Dank hast du jetzt auch die clevere Idee gehabt mit dem Kippchen. Ich krieg den Textlastisch Award. Ja, und irgendwie fünf Folgen mit ein bisschen Gebrabbel von uns jetzt hier hinten dran. Völlig irgendwie in einer angenehmen Länge. Ja, aber, ja, also es wäre halt, ja, wie wir es oft bei anderen Sachen halt gesagt haben, die schöne Story. Es wäre schade, wenn Leute sie nicht erleben dürfen wegen eben etwas Kryptischen. Ja, aber du, ich glaube, das mit dem Parser-Ding ist sowieso außerhalb von diesen, also du jetzt und ich, also ich glaube, dann haben wir noch 2,3 Zuhörer, also bis auf die 4,2 oder 4,3 Zuhörer gibt es, glaube ich, in Deutschland nicht mehr so viele Leute, die so Parser-Spiele spielen. Ja, und das ist an uns das zu ändern und eine Sache, wo wir jetzt mal hier aufrufen, ja, liebe Freund. Es reitet ja auch keiner mehr mit dem Pferd irgendwie durch die Stadt, um von einem B zu kommen. Hallo? Manchmal sieht man sogar noch Polizisten auf dem Pferd. Ja, aber du kennst ja Polizisten, wie sie sind. So, pass auf, jetzt aber mal einen Aufruf an unsere Fans und die Leute, die hier sich auskennen, wie Textadventure machen und so weiter. Wir wollen, ja. Strengt euch mal an, möchte ich jetzt machen. Na, ja, genau. So, jetzt macht mal nicht so viel. Nein, der Punkt ist der. Wenn man nach dem sucht, was wir hier spielen, dann sucht man entweder nach Textadventure oder nach Interactive Fiction. Wir brauchen irgendwie einen Begriff, einen deutschen Begriff irgendwie, ja, weil wenn wir irgendwie auf Facebook zum Beispiel oder auf Twitter oder so unsere Episoden announcen, dann können wir da ein Hashtag da dran packen, zum Beispiel eben Textadventure oder Interactive Fiction. Dann taucht man aber auch in dem Stream auf, wo eben die ganzen internationalen Geschichten an, ja, sich auflaufen. Und das bringt irgendwie überhaupt nichts, wenn so ein Engländer oder ein Franzose oder so, der sich für Textadventure interessiert, dann halt unsere Podcasts sieht, weil das kann er halt dann vielleicht am Ende nicht verstehen. So, und uns bringt es wiederum auch nicht viel, dort aufzutauchen. Aber es gibt keinen ordentlichen Suchbegriff, außer jetzt, wenn man sowas eingibt wie German Textadventure oder sowas, also keinen Suchbegriff, nach dem man suchen kann, der prägnant ist und der ganz klar eben für die deutschsprachigen Sachen steht. Und wir müssen sowas erfinden. Ja, aber wenn du es erfinden willst, dann bedeutet es ja meist gleichzeitig, außer es ist super intuitiv, was es nicht sein wird, dass niemand danach sucht. Richtig, aber das kann man ja etablieren. Guck mal, wenn jetzt zum Beispiel wir jetzt Lifeline 2 machen, ja, in Deutsch, so, und das wird ein großes Ding und das läuft dann unter, sagen wir mal, Textabenteuer, ja, nochmal so jetzt dahin überlegt. Und alle sagen plötzlich, ja, im Radio und im Fernsehen hier, bam, das neue Ding von Falk und Simon, äh, äh, ne, das neue Textabenteuer, äh, Hashtag, bla bla, dann ist es plötzlich etabliert. Schalten alle sofort ab. Nee, aber nee, du weißt, was ich meine. Das Wort Textabenteuer gehört. Vielleicht, vielleicht hat ja irgendwer eine coole Idee, wie man sowas nennen könnte und dann fangen wir nämlich an, mit diesem Begriff, den als Hashtag zu verwenden und irgendwann ist es etabliert. Wir werden unseren Weltstatus ausnutzen, um diesen Hashtag bekannt zu machen und dann wird die Welt wissen, ah, so, und wenn man richtig gut ist, ja, dann entwickelt man gleich eine Syntax, äh, mit der man diesen Begriff modifizieren kann, um jegliche anderen Sprachen damit auch abzustecken. Also, stell dir vor, man würde, ähm, äh, äh, also, ja, also, man würde zum Beispiel IF nehmen für interaktive Fiktion und Interactive Fiction, aber es ist dann ganz klar, dass dahinter immer noch zwei andere Buchstaben folgen, vielleicht GE für German oder DE für Deutsch oder so, ja, und wenn du jetzt also nach russischen Textadventures suchen wollen würdest, dann würdest du ganz klar, weil du das weißt, weil wir das etabliert haben, die Jungs von Textlastig, würdest du nach, äh, Hashtag IFRU suchen. Ja, aber kann man das nicht jetzt schon machen? Ich meine, im Prinzip ist ja Textadventure schon das internationale Buch, was du suchst, oder? Ja, nee, das Problem ist halt, wenn du Textadventure German eingibst, dann findest du trotzdem ganz viele, äh, äh, zum Beispiel eben englische Geschichten drin. Also, du kannst es zwar am Schreiben, aber das ist alles, das ist alles so, nee, das ist Halbgabe, wir brauchen einen Begriff, der ganz klar das ausdrückt. So, und da sind unsere Zuhörer jetzt gefragt. Hm. Weil ich bin so ein Kreativ, ich hab ja darüber schon mal ein bisschen nachgedacht und mir fällt nix ein. Ja, hat man jetzt auch festgestellt. IFDE, das ist natürlich nicht besonders schön, das versteht ja irgendwie die Oma von nebenan nicht. IFTA. Hm? Okay. Ja, genau. Ich möchte ein neues IFTA spielen. Sehr gut. Gut. Ja, haben wir das. Ah ja. Ja, gut, äh, wir, also wie gesagt, das war ja die letzte, letzte Folge textlastig für heute und von diesem Spiel, ähm, und die nächste Folge folgt beim nächsten Mal und dann mit einem neuen Spiel und, äh, ja. Vielleicht sogar dann schon unter dem, unter dem neuen Hashtag, was ihr erfunden habt und uns in die Kommentare schreibt. Bäbämm. Hm, ich bin wahnsinnig gespannt. Ich auch. Ähm, muss ich sagen. Ja. Gut, dann würde ich sagen, bis bald. Ja, äh, tschüss. Tschüss. Tschüss.